Schnee, 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 Schnee! Wir haben viel Schnee! Ich habe überhaupt keine Handschuhe mitgenommen. Wieso ist das schlecht? So, Diana muss für euch wieder Schnee räumen. Das macht sie ja so gern. Ich muss schauen, dass meine Finger nicht im Weg sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Mit einer Hand ist schon ein bisschen heftig. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. So ein bisschen unscharf ist. Oh Gott! Ich bin nicht Linkshänder, ich bin nämlich Rechtshänder. Also, Kapsel gehört zehn Zentimeter. Etwas mehr als am Donnersach? Wird ein Donnersach gefilmt? Ich weiß es nicht mehr. Puh! Ich muss mal Hand wechseln. Geht nicht. Also mit Linkshänder gar nicht. So, ich habe noch viel Arbeit. Moment, ich zeige euch mal was. Das ist eigentlich nur Pulverschnee. So, und den Weg immer da vorne und zurück. Das habt ihr jetzt gesehen. Jetzt könnt ihr sehen, wie hoch der Schnee gefallen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss! Tschüss!